Hallo, ich bin der Michael aus der schönen Pfalz. Ich bin 1,84 Meter groß, wiege 95 Kilo. Ich suche eine Frau für mein Leben. Ich habe einen Beruf, mein Beruf ist Maschinenschlosser und arbeite in einer sehr guten Firma. Ich habe ein schönes Haus, wenn du möchtest, kannst du es mal besichtigen oder zu mir kommen, wenn wir uns kennenlernen und die Chemie stimmt. Also, es würde mich freuen, dich kennenzulernen. Wenn du interessiert bist, schreibe mir bitte an kuschel41.jahoo.de Also, ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Ciao.